Meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gedacht, ich filme jetzt hier in dem Video mal meine Frühstückideen auf, was ich so frühstücke und vielleicht ist ja für den einen oder anderen eine Idee dabei. So, dann fange ich hier mal an. Heute gibt es einfach Green Smoothie. Sieht cool aus. Das sind jetzt insgesamt ungefähr 1,4 Liter. Da sind drin Spinat, viel Spinat, Bananen und Datteln. Und heute gibt es wieder ein neues Frühstück. Und das ist einfach ein Shake gemacht aus Bananen, Haferflocken und ein bisschen Proteinpulver. Und das sind 750 Milliliter plus ungefähr. Gehen 250 rein, 200, also fast ein Liter. Das ist Tag 3. Meines Frühstücksvideos. Und das ist sehr langweilig, aber es ist schon wieder Porridge. Also Haferflocken mit einer Banane versteckt sich da drin. Zimt, Mandelmilch und ein paar Walnusskernen. So, das ist mein heutiges Frühstück. Und das besteht aus Haferflocken, Amaranth, Mandelmilch, Mandeln und das Braune hier ist Zimt. Das ist eine Mischung, die ich noch nicht hatte, aber irgendwie bin ich da drauf gekommen. Ach ja, und eine Bananen ist noch drin. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Hallo, das ist mein heutiges Frühstück. Das ist Bananen- und Dattel-Eis. Und da oben drauf, das ist Ranula. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und da oben drauf. Und da oben drauf. Die-M节el. Und da oben drauf. Vielen Dank.